Nein! Herzlich willkommen Leute hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video und heute spielen wir BeamNG hier im Audi RS8, den man jetzt hier schön sehen kann. Wir befinden uns gerade in Italien und wer BeamNG nicht kennt, BeamNG hat es versucht und auch geschafft, so gesehen die Physik eines Autos richtig und realistisch darzustellen. Das heißt wir fahren heute ein schnelles Auto in Italien und wenn wir scheiße bauen und scheiße fahren, dann werden wir das an dem Auto sehen. Und heute werden wir auch ein bisschen mit der Polizei in Konflikt kommen und weitere Autos nochmal testen, wie robust sind sie, wie fahren sie sich. Also Leute, ihr wollt mehr BeamNG hier auf diesem Kanal, ihr wisst ja was zu tun ist, einfach ein Like und ein Abo, ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, wir starten jetzt hier den schönen Motor des Audi RS8s, also 8s, sagt man das so? Ja auf jeden Fall ein V10. Das ist schon mal sehr toll. Ich mach mal ein bisschen Soundtest, ja? So neutral. Natürlich ist dieses Spiel jetzt nicht mega krass, also stellt euch jetzt nicht vor, dass es hier GTA 5 Grafik ist, aber es wird lustig. Und das ist ja das, was zählt. So, hier, Blinker. Klar, easy, ne? Fahrschule. Oh, da ist schon die Polizei. Da ist der Polizier. Okay, warum steht die hier so? Ich mach nichts Verbotenes. Hallo? Darf ich hier bitte durch? Mal schau blinken hier. Guck mal, wie nett ich bin. Oh, das Polizier. Ich weiß nicht, irgendwo ist die Polizei. Ey, Junge. Was ist denn mit dem für euch, Junge? Hallo, spinnst du? Ja, moin. Er rammt einfach. Er rammt mich einfach. Das Leben. Warum steht ihr hier? Au. Okay, was geht da hinten ab? Ich glaube, die jagen hier gerade irgendwen. Mich? Jagen. Hallo? Warum? Hallo, ich hab gar nichts gemacht. Junge. Okay, ich glaube, die Polizei jagt mich jetzt aus. Ich weiß nicht, welchen Grund, weil... Hallo, ich hab wirklich nichts gemacht. Ich hab nichts gesehen. Er ist einfach in mich reingefahren. Alles klar. So, jetzt aber schnell. Aus dem Weg. Aua. Ey. Ey. Reifenverlust. Reifenverlust. Warte mal, was? Luftverlust. Luftverlust. Oh. Polizier. Polizier. Lass mich hier durch. Aua. Nein, 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 nein. Lass mich hier. Aua. Lass mich hier durch. Ich werde gejagt. Weg. Aua. Scheiße. Oh, nein. So. Ich kann auch fahren. Oh. Oh. Rückwärtsgang, rückwärtsgang. Alter, wie sieht denn mein Auto aus? Andere Richtung. Er sieht auch unten links den Damage. Au. Ach du Scheiße. Ich glaube, mein Auto brennt. Ach du Scheiße. Oh, doch nicht. Beste Leben. So, weiter geht's. Weg. Aua. Scheiße, wie lange kann ich das denn hier noch schaffen? Alter, mein Auto. Das sieht, das sieht nicht mehr in Ordnung aus. Aua. Nein, 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 nein. Ah. Ist ja auch ein normaler Tag hier. Also, wir können jetzt hier unser Auto mal ein bisschen was wieder reparieren. Und können jetzt... Wow. Ey. Ja, moin. Perfekt. Schnell weg hier. Schnell am Strand flüchten. Strandflucht. Hier im Audi. Ja, ist auch... Alter, Alter. Mein Auto dreht durch, meine Reifen drehen durch. Und mein rechter... Nee. Hinter... Oh. Okay. Alles klar. Perfekt. So, nochmal hier. Hinsitzen und los. Weiter geht's, Leute. Wir müssen abhauen. Ich weiß nicht. Wir haben wirklich nichts gemacht. Keine Ahnung, warum wir jetzt eigentlich verfolgt werden hier. Also, das kann ich ja wirklich nicht nachvollziehen. Aber die italienische Polizei, die will meinen Arsch haben. So, und jetzt schafft es mein Auto hier hoch. Komm schon. Komm. Komm. Nein. Okay, dann müssen wir ein bisschen was mehr Anstrumpen nehmen. Weg. Oh. Ei, ei, ei. Ne, oder? Ich kann mein Auto nicht mehr fahren. Alter, was ist denn da vorne los? Alter, ich glaube... Ich glaube, das ist total Schaden. Aber weg, bevor der wischt. Jiga, ich hab nix gemacht. Erstmal gab es eine Verfolgungsjagd, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Das ist schon mal absolut perfekt. Und jetzt noch das, Alter. Okay, was, wenn ich jetzt überhole? Denkst du, die wollen mich jetzt hier rausziehen? Safe, oder? Nö. Doch. Scheiße. Okay. Verfolgungsjagd. Oha. Sind die alle jetzt hier im Graben, oder wie oder was? Weg. Aua, aua. Ei, ei, ei. Okay. Darf ich hier durch? Du Kacke. Das sind auch Straßen hier. Aua. Aua. Nein, 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 nein. Ihr habt mich nicht, ihr habt mich nicht. Ey. Mein Reifen ist kaputt. Scheiße. Du Kacke. Zurück. Oh. Nochmal zurück. Rückwärtsgang. Vorwärtsgang. So. Mein rechter Reifen ist kaputt. Oh. Aua, aua, aua. Ich kann aber noch fahren. Easy. Oh. Jetzt aber. Alter, mein ganzer Reifen ist da vorne kaputt. Aua. Oh. Junge. Komm, weiter, weiter, weiter. Ich lenke ein, es passiert nichts. Es passiert einfach gar nichts. Jetzt aber. Komm. Komm schon. Oh, Alter. Ich denke, gerammt, ey. Aua. Junge. Easy. Oh. Nein. Was ging jetzt? Oh, Alter. Alter, gleich bin ich überall blau. Okay, was ist das für ein Sound, Alter? Jo. 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 Aua, aua, aua. Check Probleme mit der Polizei. Check, was sie leben. Auto qualmt schon. Ey. Boah, Alter. Wie lenkt sich das Auto denn? Aua, 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 alter. Weg. Weg hier. So, jetzt aber. Alter, mein Auto qualmt. Ey, schon. Alter, das sah wild aus. Das muss man schon sagen. Der Drifter wild. So, jetzt hier. Handwerbser ziehen. So, ich muss ja weiter. Okay, unser Reifen sind doch entstanden. Unser Motor. Aber, naja. Sag ich auch einfach mal. Aua, Alter. Verpiss dich. Weg. Weg mit dir. Weg. Scheiße. Sieht gar nicht gut aus hier für unser. Aua. Der. Wenn unser Auto noch nicht zusammengefallen ist hier, das ist auch ein Mysterium. Oh, ich glaube, mein Auto funktioniert nicht mehr. Komm. Fahr. Alter, Alter, Alter. Es ist. Ich glaube, unser Auto ist total schaden. Wir müssen schnell mal reparieren hier. Schnell. Werkstatt. To-go-Werkstatt. So. Jetzt aber. Nein. Die können aber auch noch ein. Jo. Okay. Okay. Jo. Jo. Die übertreibt halt direkt, Alter. Die übertreibt. Weg mit euch. Weg. Die übertreiben direkt ihre Lage, Alter. Aua. Polizia. Nein. Ja. Nehmen Sie mich fest. Ist jetzt auch egal. Jetzt ist sowieso egal. Holy shit. Okay, Leute. So, gleich machen wir mal nochmal einen Geschwindigkeitstest hier. Darf ich hier zwischendurch noch? Hier schnell. Blinker. Boah. Okay. Easy. Easy. Gar kein Problem. Und hier gibt es halt so viele Autos. So viel Auswahl. So viele verschiedene Möglichkeiten. So viele Maps und Mods. Die man jetzt hier verwenden kann. Um halt das Spiel so zu gestalten, wie man es möchte. Dieses Auto ist natürlich auch ein Mod. Und es ist jetzt auch nicht mega high quality. Es sind halt einfach Leute, die machen das. B-Win-G ist auch schon was älter. Okay. Ich möchte jetzt hier eigentlich keinen Unfall bauen. Und ja, deshalb darf man auch gar nicht so viel erwarten. Ich finde die Map und so wirklich ziemlich nice. Die Autos auch. Aber natürlich bei den Mods. Manche sind halt gut. Manche sind schlecht. Das ist schon einer der Besten, die ich gefunden habe hier. Und der ist auch eigentlich schon ziemlich wild. Ein bisschen zu krass vielleicht. Aber auch wirklich immer noch richtig nice. Und man kann hier so viel machen. So viel Bull. So viel Bullshit kann man hier machen. Okay. Ich muss jetzt hier wieder irgendwie rausfinden. Aua. Naja, perfekt. Ich bin gegen den Bauern gefahren. Und jetzt kann ich hier links, rechts. Mal richtig Gummir geben, ey. Oh ja. Jetzt geht's ab. Aus dem Weg. Boah, das ist knapp. Blinker. Oh. Also, ich hoffe, ihr versteht jetzt, worum es sich in diesem Spiel hier handelt. Also. Alter. Das Auto existiert ja nicht mal. Alter, ich bin... Ich würde sagen, wir spawnen nochmal neu. Und wir machen nochmal. Aber auf. Als 1 jetzt. Jetzt ist das Auto noch schneller. Wir machen direkt einen Kickdown gleich. Wir machen mal Kickdown jetzt. Und let's go. M4. M5. 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 Bremsen. Weiter geht's. Das war close. Yo. Alter. 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 Oh ja, mein. Hi. Alter. So, Leute. Und das sollte es gewesen sein von diesem Video von Beeman. Wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, lasst aber ein Like da. Es war crazy und einfach nur... Mir fehlen die Worte schon, Leute. Also würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Habt mal einen schönen Teuf. Und rein. So, jetzt so. Und... Hibbi. Ciao. Das war's.